moin mal und herzlich willkommen zur vierten folge pixel war diesmal nur mit grotti marcel meldet sich leider nicht mehr gerade wir warten seit drei tagen auf eine antwort oder drei oder zwei aber wir sind jetzt top 30 dafür top 30 wir haben schon strike bekommen also kann sein dass sie gleich gesnaped werden wenn wir nicht er war mit drauf machst du counten ich bin drauf ach so lacht es doch ja ich bin ums bohnen wir haben ja jetzt neun neue api das war doch das war doch wie heißt das one day war einer ist drauf elite lasse elite lasse ja so ich habe ich ja bist du bist du drauf ja aber ich bin wir sind am sport wir sind wahrscheinlich auch wir sind wahrscheinlich außerhalb der border gewesen ich bin und du bist unten ja warum bin ich am sport was soll der scheiß weil du gerade vielleicht auf dem one day ding warst nein ja ich sehe es hier im sport eine schreibt mich schon fight fight controls das ist ja richtiger betrug ich hab da unten glaube ich gerade namen gesehen ich habe mich eingebaut wenn ich nicht weil ich nicht aufhören sollte es ja alles passen mein leidmet funktioniert nicht das scheiße ist es zu kooper noch da ich weiß nicht was weil wir hier sind öfen ist unsere wahrscheinlich ja es ist gewachsen ist ja schön es ist über und zwar lapis typisch races unter mir unter die am sport ich habe mich hoch gebaut und ich darf einfach nicht wie viele sind dann auf dem server gerade war ja nur eliten es kommt ja der betrug gerade im stand nur elite lasst es auf dem server der entscheidende gar nicht wird von den ja das wird anscheinend auch bevorzugt von den von dem server team hat anscheinend das zeug bekommen wenn man den quellen vertrauen kann quelle jonas jose gehen raus jonas als das hier ist irgendwann ist jetzt also während die leute die hier bei uns in der höhle waren also dann hätten die glaube ich das zucker mitgenommen da drauf oder was ist das jetzt komisch aus die settings schäder schäder ist einfach und geil vielleicht funktioniert deshalb leiden mit mich jetzt funktioniert das ist natürlich perfekt danke dafür schäder kontrols schauen 34 wir sind das jetzt wir wollen wir das machen wenn die mal kurz wieder ein bisschen weg von mir sind dann kritisch und frage einfach mal nach weil das kann nicht sein dass ich hier wir haben auf jeden fall ein stack und 16 bier soll ich uns beiden erst mal eine idee russer machen vielleicht nicht das ist einmal müll entfernen holz gunpowder brauchen wir nicht oboid kann erstmal weg wollen wir weg sieht leider auch weg aber wir haben genug essen gravel behalten wir uns deck ja wir haben zwei stecks gravel aber du siehst doch bei dir nirgends die border oder ich sehe nirgends wo hier eine border ich verzeibere schon mal meine rüstung hat das irgendwelche auswirkungen wenn man vorzeitig verlässt glaubt nicht so admiral horny ist tot scheiße die border verkleinert sich wahrscheinlich sich die hier irgendwo ich bleibe lieber drin in meinem loch ja ich sehe schon die border ich glaube die verkleinert sich gerade wirklich weil sie ist rot ja ja lauf ich habe keine spitzsacke für den mann fickt euch doch alle ins knie ich muss die verteuerungstisch mitnehmen hast du eisen spitzsacke ja nichts mehr kaputt gegangen haben wir gerade eine neue geschäftet ok sie ist jeder blau sie ist okay sie steht ich will nicht dadurch gehen versuchen sonst bitte auch ins morgen gleich könntest du versuchen in meine richtung zu kommen kommen wenn wenn die anderen beiden aufwächst sind ok ich habe full protection 1 rüstung und auf dem helm habe ich unbreaking noch das wird ja teuer soll ich soll ich dir erstmal meine verzauberte rüstung geben und dann verzaubere ich die die im backpack ist ich glaube ich weiß nicht ob ich mich jetzt hier in sneaken kann kurz damit ich mir die rüstung ja ich soll nicht machen oder nicht ich kann das ist bei dir ich sehe ich sehen hier rum lauf am spawn halt ich kann halt nicht anziehen wahrscheinlich ich verzaube auch trotzdem auf protektion verzaube trotzdem das ist richtig belastend für mich die scheiß verzaubung ist genau bei dir genau unter mir steht bro was macht er da ok ist gegangen kurz angst ist aber nicht ist aber halt auch nicht lasse also der doch kein x-ray ok deine rüstung liegt verzaubert im backpack wie ist das jetzt warum auf eisen gehen oder auf die aus ihr schwärter ich weiß es halt nicht weil wir haben fünf zuckerrohr noch plus die die hier angebaut sind 1 2 3 4 auch noch fünf haben zehn zuckerrohr wären 30 papier das sind zehn bücher jetzt ist noch die niederlasse der würde mich jetzt spotten die märchen erst bei mir ich sehe ihn hier ach so ok aber die gehen weg vielleicht gehen jetzt zu dir die märchen ja du bist es mittlerweile die können die brauchen aber länger als neun minuten das ist kein dreier team hier mit wie viel ist denn äh liegt er da noch in einer knur mit lago ich weiß nicht die haben 17 kills zusammen und daran sieht man halt einfach dass sie bevorzugt werden höchstwahrscheinlich laut den gerüchten bürste gehen wieder an jonas aber was soll ich denn jetzt hier noch machen mhm gibt's wo ich das zuckerrohr mitnehmen ob wir fighten wollen ja irgendeiner hat mich auch gefragt ob wir fighten ich kann das jetzt nicht an er steht unter mir und ist oh gott das verpiss dich bro ich würde jetzt so gerne deine sicht sehen gerade ist halt so unspektakulär weil ich nur die namen sehe ähm wie ist denn das jetzt soll ich jetzt den zaubertisch nehmen zuckerrohr und abhauen hier äh ja ich würde woanders hingehen joho joho irgendwas bauen die da oh gott ok er ist über mir jetzt plötzlich er hat sich hoch auf die decke gebaut also es ist so krank wird man eigentlich was jetzt interessant sein wird ob man gekickt wird wenn leute in der nähe sind das ist gute frage ja ansonsten quitte ich einfach steht ja in den regeln nichts ja wie nennt man das combat lock oder so ja combat lock wäre es nur wenn wir im kampf sind sind wir ja nicht ach so ich kann ja auch einfach äh meinen LAN-Kabel kurz rausziehen so und dann sagt er oh nein telekom fick dich ähm ok ich gehe direkt von der borde aus in gerade Richtung Seite ok hier geht es jetzt dachte ich habe gerade auch was gesehen ok ich bin hier bei den äh die zwei die zwei werden wüssten ne werden es noch bei dir sind das elite lasst und lago soll ich unter der erde bleiben erst mal oder an die oberfläche bleibe erst mal unter der erde ne das rutscht dann so ab jetzt weiß ich nicht mehr in welche Richtung ich muss hier ist das ein der Kiste lol hier war noch ne ungelootete Kiste oh lol geil also da war nur Brot und Eisen drin aber das Brot hätte das safe mal sehr mitgenommen ja ich denke auch hier geht es noch weiter mit Lava ich weiß halt nicht in welche Richtung ich hier gehen will Hauptsache weg von der Border ich weiß ja nicht mal in welche Richtung äh genau die Border es ist ok Eraser schreibt schon wieder der 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 soll mir die Schnauze halten ok wenn lago jetzt nicht gekickt wird dann habe ich glaube ein Problem aber ich sehe ihn gerade nicht mehr wie viele Blöcke muss ein auseinander sein lago 3 2 2 1 wurde gekickt Gott sei dank nein es ist nicht sein ernst Bro wie viele Folgen haben die was ist das äh warte ich gehe mal kurz auf den Dingserver man kann ja heute bis zur 12. aufnehmen oder so ja lago nimmt jetzt seine 12. auf also was heißt aufnehmen ist ja ohne Aufnahmepflicht so lächelig jetzt stehe ich hier doch noch 8 Minuten äh in welche Richtung der Kurz müsste ich gehen von dein Kurz aus einfach beide äh Sachen positiv beide Zahlen nach unten positiv ja also beide Zahlen müssen positiv werden ja ne warte mal na doch in die Richtung soll ich mich unten einfach durchbauen irgendwie oder ein bisschen nach oben kannst du machen wie du wie du willst wann werden da nicht die anderen gekickt die sind doch auch schon die ewige auf dem Server das ist ja nicht auch neu dazu irgendwie weh Gülheim ich dachte die sind vorhin äh die waren vorhin schon drauf dachte ich kann auch sein hier ist noch Gravel ich nehme mal Gravel einfach mit für Pfeile schadet nicht ja aber wir haben zwei Stacks Gravel image ich finde hier und wenn ich mir einfach nicht baue mich nach unten durch so auf höhe 12 11 und dann vielleicht finde ich ja noch die es tut das nicht schlecht wenn ich das so mache nicht Pas ordinance ich finde hier ist ja wie ichny 笑 es direkt aber dass ich ein Oustedt das ich Be ist ja vorhin als ich im backpack war wer von euch ist auch die idee gekommen ist seine gute idee cobblestone ich weiß es nicht ich glaube nicht dass ich zwar und am ende warst du es wahrscheinlich wahrscheinlich ich nehme das redstone einfach für level mit scheiß drauf kannst du machen ist ich sie keinen namen mehr gar kein was war slash wago backpack war war bp aber mit baro und bp ein ausruf links zeichen der zeiten ich habe zumindest die rüstung an hast du ein schwert ein steinschwert ach komm alle bekommen die jetzt alle her es ist der wahnsinn marcel hat auch noch nichts geschrieben kann sein dass der dann auch von der border halt weg der war nichts wird der müsste auch ja dann müsste bei dir dann wahrscheinlich sein ja genau bei 00 aber ich hatte noch glück dass ich noch beim zuckerrohr war ja dann nähe im menschen es werden paar leute mehr gestorben und also zuckerrohr einfach weg hätten wir auch einfach sterben gehen können da hätten wir dann anfragen können keine ahnung 1 gegen 3 gegen 3 was wir auch verlieren das gehen raus hier ist sehr schön wenigstens eine produktive folge 5 dios ok bis heute bis jetzt doch kein spawn stop sound gehört ich auch nicht komischerweise ich fühlte die unterhose mit dem palz deck befestigt perfekt hallo die mädchen hatte ich gesehen und sagt jetzt hallo es ich glaube ich könnte weg weil hier niemand weil ich sie keinen namen willst du es riskieren nein ja hätte ich auch gesagt aber die sache ist halt war nicht da unten ist lago ok wir warten erstmal ab bis lago weg ist ich würde sagen du kannst du kannst du weiter aufnehmen ich werde warten bis 21 uhr und dann join also kurz bevor er dann nicht mehr joinen kann ne ich würde sagen nach dem lago weg ist ja ne aber es sind ja andere leute auch hier im spawn ist ja nicht bloß die beiden hier das ist halt das ja aber wie ist das für den nächsten strike du musst ja mindestens jetzt wahrscheinlich wenn ich noch mit minimum eine aufnehmen ja das mache ich um toadie ist da auf dem server toadie ja du bist noch ach ja du hast ja noch ich bin ja gequittet hm ich höre hier mit bauern wie viel zeit hast du noch zweieinhalb minuten irgendwo baust hier jemand ich sehe keinen namen toadie ach komm fucking lago ist wieder über mir wie viel zeit hast du noch zwei minuten zwei minuten ok wenn du schon mal meine aufnahme damit warst du es bei mir erstmal schau bei gottie weiter wenn ihr das sehen wollt das ist die nächste mal tschau ich hab den spawns pop sound gehört weil lago über mir voll der menschkassiert hat hast du nur gehört was hast du gehört für sound ja diesen sound welchen der beiden der spawns pop hat geschrien ich weiß es grad kennst es grad nicht zu ne besser ja war das das ach ja doch und wir können fliegen aaah ja genau das hab ich abgehört das war der kleine fall damage wenn du sehr viel fall damage bekommst dann sagt spawns pop nur ok das dann vielleicht doch nicht he 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 geil ich hab doch noch einen spawns pop sound gehört die folge hat sich doch gelohnt soll ich wieder auf den server kommen ja kannst du machen ok dann 3 2 1 marmeloid und herzen willkommen zur bei mir fünften folge pixel waro von dem inkompetentesten waro was ich je gekannt habe grüße gehen raus an mich grüße grüße du bist echt schlecht ähm wie lange ist die last eigentlich immer noch da ähm ja bei grotti ist immer noch in seiner ähm am spawn ding eine minute nur noch ich join jetzt nochmal wieder drauf und hab gehört dass toady da ist alter er steht schon wieder genau über mir junge er hat sich an meinem an meiner kuppel wo ich mich eingebaut habe hat er sich hoch gebaut ich wollte grad toady hallo schreibe äh zu toady hallo schreiben er direkt zu mir äh in diesem flüstermodus 1 vs 1 fragezeichen wie kann man flüstern ich weiß es nicht tell die bauen hier überall ab neben mir ich hab grad so puls ne ich hab grad so puls ne Alter bitte lass mich einfach gekickt werden message 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 mit dem mund Bro bitte lass mich einfach gehen muss ich dann einfach nur cody schreiben ich glaube ja lass mich lass mich komm 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 fuck ein spiel ist in meiner Nähe okay ich muss nur warten bis die weg sind warte mal das war jetzt fünfte ich hab den ich hab den hohen spongebob äh voll damage sound gehört Bro die stehen so nah neben mir ich muss jetzt echt warten bis sie gekickt werden mein ganzer chat wird zugespampt Alter die werden auch nicht gekickt scheiße das wird so ne probleme scheiße ich glaube ich ist tot ich weiß nicht da unten läuft noch ne andere rum jungs geht den hunten ja imagine jetzt suchen sie den die essen neben mir ja okay bin tot du bist tot? safe call ich ja ach scheiße ach scheiße ja das war jetzt unlucky ich wollte noch nen water bucket machen hab mich aber verklickt wie meinst du was hast du getan? ich hab mein Loch aufgegraben und bin rausgesprungen nachdem die mich geschlagen haben aber ich hab dann die haben dich schon gesehen ja die haben mich aufgebaut die haben mich aufgebaut und haben mich dann einmal geschlagen und dann bin ich raus dann ach man vor allem ich hatte die Dierrüstung auch noch an naah mann alter dann was ist mit pixel waro bei mir ich glaub wir brauchen ein gutes waro wo wir diese Spongebob ja das Spongebob stuff nochmal machen können ähm jo fuck you Micha ciao